es dauert nicht mehr lange bald ist es soweit und dann haben wir die 1000 abonnenten marke geknackt vielen vielen dank schon mal für diesen treuen support und es freut mich natürlich sehr dass euch meine videos gefallen und wenn du den kanal noch nicht abonniert hast dann solltest du es jetzt tun denn wenn die tausend abonnenten erreicht sind dann mache ich einen live stream und werde live installieren ein arch linux mit gnome und butterfs und so weiter alles was dazu gehört ein komplettes betriebssystem quasi aus dem nichts schön alles in der konsole und wie gesagt alles als live stream also jetzt abonnieren und wenn du fragen hast oder wünsche oder vielleicht auch einfach anderen helfen möchtest dann kommen direkt in den so ein typ im internet matrix space und hier gibt es dann den chat raum der ist verschlüsselt ende zu ende verschlüsselt und hier triffst du dann andere tolle zuschauer von diesem kanal und hier könnt ihr euch dann gemeinsam auch unterstützen gut ja heute geht es um ein etwas kleineres doch gar nicht so bekanntes betriebssystem ich suche mir ja immer gerne mal so kleinere nischige betriebssysteme raus und bin dann hier auf 4m linux gestoßen ist ein unabhängiges betriebssystem basiert also quasi auf nichts anderem und ja das möchte ich mir auf jeden fall mal angucken was das genau ist also schnapp dir n t los geht's einen wunderschönen sonnigen sonntag nachmittag es ist wieder sonntagszeit für sonntags os und ja heute installieren wir 4m linux und die erste frage die sich natürlich stellt ist was bedeuten denn die 4m die 4m bedeuten maintenance multimedia mini server und mystery auf das mystery bin ich gespannt hier steht meaning a collection of classic linux games das heißt da wird es wohl eine kleine sammlung von ja klassischen alten linux spielen geben ja werden wir mal schauen des weiteren gibt es noch offizielle frogs von m4 linux und zwar gibt es dann die den antivirus live cd die basiert im prinzip auch auf 4m linux so was haben wir noch dann gibt es noch eine eine backup lösung back and image cd also das da kann man ja daten backup und disk imaging durchführen und dann gibt es noch einen server der der smallest ist die smallest server suite das ist ein server für den usb stick also ein full feature server für unterwegs gut aber wir konzentrieren uns heute hier auf das ganz normal auf die ganz normale desktop umgebung und wenn man dann hier auf downloads geht dann kommt man zu dieser seite wo man gebeten wird doch eine kleine spende da zu lassen das kannst du auf jeden fall tun unterstützt ruhig die entwickler hier sind dann auch noch mal die minimal anforderungen für die nutzung von m4m linux wer nichts spenden möchte kann das ganze repository auch direkt auf sourceforge.net suchen und finden da kommt man dann hier auf diese seite da hat man auch ein paar screenshots und ja eine kurze beschreibung und unter files geht man einfach auf die version 39 das ist die neueste und dann einfach hier auf download latest version gegebenenfalls noch den mirror anpassen und dann ist die iso runtergeladen und ja dann würde ich sagen gehen wir mal in unseren virtuellen maschinen manager 64 bit system machen war so dann möchte ich auf jeden fall 4m linux auswählen so vier gigabyte sollte ausreichen zwei kerne ich nehme jetzt mal vier kerne machen wir ein bisschen mehr 25 gigabyte festplatten speicher auch das sollte ausreichen ich nehme trotzdem ein bisschen mehr nur für den fall der fälle und 4m linux sollte man auch richtig schreiben so dann konfiguration bearbeiten und hier will ich noch meine netzwerk brücke aus und dann möchte ich ein uefi system haben so die festplatte muss als sata festplatte hier gekennzeichnet werden nicht als wird io sondern wirklich als sata nachher das install skript sucht automatisch nach einer sda ist platte und wenn ich hier wird io eintragen dann wird dann dann ist die festplatte eine ja vda und dann findet er die nachher nicht deswegen hier einmal sata festplatte eintragen qxl treiber lassen wir jetzt mal drin mal gucken ob das funktioniert und dann hatten wir einmal die maschine und dann lädt er jetzt in die grafische oberfläche und 4m linux so als erstes wird hier ein ja wie gehen wir hier durch ein quick setup durch und hier werde ich gefragt ob ich das tastatur layout ändern möchte und ich sage ja das möchte ich ich möchte auf 1 für german dann gibt es noch kein passwort für root möchte ich ein passwort setzen auch ja das möchte ich ebenfalls denn das ist für die installation notwendig und hier kann man auch ein kurzes passwort eingeben das ist überhaupt nicht so schlimm wenn er da meckert und möchte sie leben in europa fragezeichen ja und deutschland hat er erkannt solltest du sollte er fälschlicherweise deutschland erkannt haben weil du zum beispiel in österreich oder in der schweiz lebst dann einfach tz select noch mal in das terminal eingeben und dann kannst du auch österreich und die schweiz auswählen so das war erst mal die erste einrichtung jetzt haben wir hier so eine nette willkommensbotschaft und hier ein konki quasi ja dann wollen wir doch mal schauen ob wir die bildschirm auflösung etwas geändert kriegen dadurch dass das hier scheinbar 800 mal 600 auflösung ist gehe ich davon aus dass der da nichts hat wie man das einrichten kann und das sieht tatsächlich so aus es wird hier gar nichts erkannt also hier haben wir wirklich nur 800 mal 600 gut ist nicht zu ändern lassen wir das auch nicht so schlimm so und zwar das ist hier jwm heißt dieser window manager dieser fenster manager und wenn ich ganz normal mit der link ja ganz normal mit der linken maustaste hier einfach irgendwo hin klicke auf den desktop öffnet sich immer dieses menü das ist auch hier oben bei den fußtaps noch mal zu sehen und hier unter 4m linux findet sich der installer allerdings geht der installer erst schon davon aus dass die festplatte schon fertig partitioniert ist momentiert nicht unbedingt aber wenigstens partitioniert muss sie sein und deswegen übernehmen wir das jetzt erst mal schon mal vorweg ich nehme dazu gdisk und wähle dann slash dev slash sda aus sda das ist ja die sata festplatte die wir jetzt quasi eingebunden haben so die hat er auch erkannt eine gpt label hat eingetragen und mit n machen wir eine neue partition mit der nummer eins erster sektor ist okay und der zweite sektor gibt jetzt an wie groß die erste partition sein soll da sage ich plus 300 ich denke mal das sollte für eine efi partition reichen jetzt noch der typ das ist ef00 ansonsten falls du jetzt nicht weiß was wir eingeben muss dann einfach ein großes l eintragen und dann wird eine liste von codes angezeigt und da willst du dann einfach das richtige aus so dann noch mal neu für eine weitere partition und der erste sektor ist okay und der zweite sektor sagt jetzt an wie groß die partition sein soll da würde ich nämlich eine partition mal haben so plus 2g das denke ich mal reicht völlig aus zwei gigabyte dann einmal weiter swap partition ist der code 8200 und dann haben wir noch zum schluss den ganzen rest dritte partition einfach mit enter durch auch linux filesystem ist richtig das ist nämlich das ganz normale root system w heißt schreiben ja und damit sind die partitionen jetzt ja eingerichtet so als nächstes müssen die festplatten noch entsprechend mit einem file system mit einem datei system formatiert werden und wir fangen an mit der boot partition da machen wir ein fat 32 draus das heißt mkfs punkt hat dann minus großes f 32 das steff slash sda 1 dann ist das hier erledigt jetzt die swap partition da machen wir mkfs der steff slash sda 2 steff slash sda 2 thank you so erledigt und dann müssen wir das noch anschalten mit bop on steff slash sda 2 dann ist der swap erledigt und wir können im prinzip schon mit mkfs .ext4 die die Root Partition ebenfalls schon formatieren mit slash dev slash sda3 und contains data hier hatte ich schon einen ersten Installationsversuch gemacht, der fehlgeschlagen ist deswegen fragt er mich jetzt, aber im Prinzip sollte der das jetzt ohne Probleme einfach machen und damit sind jetzt alle Festplatten, alle Festplatten Partitionen sind jetzt formatiert dann können wir das Installationsskript starten einfach das Fensterchen hier zu machen und dann gibt es M4 Linux Installer, so machen wir schön groß und dann einfach auf Enter so hier sind dann die ganzen Devices, die ganzen Partitionen nochmal aufgelistet und hier fragt er mich, auf welcher Partition soll das Ganze jetzt installiert werden, ich sage sda3 das ist ja unsere Root Partition einmal Enter so, dann soll sda3 eben auf ext4 formatiert werden möchtest du das ändern? Nein, das möchte ich nicht ändern, das kann ruhig so gemacht werden so, wird hier im Linux das einzige Betriebssystem auf diesem PC sein? Ja, wird es und soll der Bootloader für dich ebenfalls installiert werden? Nein, der wird schon installiert und ich sage Enter, um weiterzumachen und hier fasst er nochmal alles zusammen und ich sage ja starten so, jetzt kopiert er die ganzen Sachen auf die Festplatte und installiert einen Bootloader und zwar ist der Standard-Bootloader für Legacy-BIOS-Systeme ist Lilo also der Linux-Loader und für UEFI-Systeme wie hier jetzt in diesem Fall ist der Bootloader Mini-Grab Okay, jetzt steht hier Done und dann würde ich sagen probieren wir doch mal ob wir das System neu starten können einmal Reboot So, jetzt kommt hier ein Quick Setup leider sehr, sehr schwer zu erkennen irgendwie gelbe Schrift auf weißem Grund das lässt sich jetzt hier gar nicht so richtig anpassen ist aber nicht so schlimm hier fragt er wieder nach dem Keyboard Layout ob ich das ändern möchte ich sage ja, ich möchte es ändern weil ich die deutsche Tastatur haben möchte und dann hier nochmal ein Passwort für Rot gut, weil das ist ja jetzt die feste Installation jetzt müssen wir es quasi fest vorgeben und da sage ich auch ja und dann ob ich in Europa lebe im Prinzip genau dasselbe wie vorhin auch auch hier hat er Deutschland erkannt und wenn ich Enter drücke dann kann ich das Ganze schließen so, jetzt bin ich im Prinzip auf dem System auf dem installierten System drauf das sieht man hier auch bei Dateisystemen also es verbraucht noch das gesamte System verbraucht keine zwei Gigabyte das ist schon grandios allerdings habe ich eben festgestellt dass hier die Bildschirmauflösung sich in dieser virtuellen Maschine ja leider nicht ändern lässt deswegen lassen wir es so wie es jetzt ist es ist schön groß und gut für alle zu sehen so, als erstes können wir hier unten Konki zum Beispiel einfach ausschalten dann blinkert das hier nicht mehr so lang rum so, hier unten kann ich iDesk ein- und ausschalten das heißt mit den Symbolen hier an- und ausschalten dann habe ich hier quasi nur den Home und dann öffnet sich wenn ich Home habe öffnet sich hier PCman.fm das ist nämlich unser Standard Dateimanager sehr gut so, ansonsten gibt es zusätzlich noch diverse Einstellungen hier wie gesagt Maus und Touchpad selbst Touchpad Support und Touchscreen Support ist hier auf jeden Fall das kann man dann kalibrieren hier gibt es dann noch diverse Netzwerkeinstellungen zum Beispiel ein DHCP Server Bluetooth aber eben auch Tethering und WiFi Scan falls du also Internet über WLAN haben möchtest kannst du dann hier oben bei diesem Symbol hier wo jetzt hier die Netzwerkstelle ist da kannst du dann entsprechend auch dein WLAN Netzwerk aussuchen so, ansonsten haben wir noch einen Archivierer dann Default Apps ist Browser ein Musikplayer und Viewer so, bei Internet haben wir diverse Sachen schon vorinstalliert zum Beispiel NetServe ein sehr, sehr schlanker, schmaler, schneller Browser NetServe 3.10 vom Mai 2020 ist, ja, jetzt nicht der neueste aber ist durchaus auch nicht der älteste sagen wir es mal so und ist halt sehr, sehr schlank und sehr, sehr schnell denn darauf beruht sich ja im Prinzip dieses Betriebssystem ein sehr schnelles Betriebssystem ein sehr schlankes und kleines Betriebssystem zu sein so, dann haben wir hier noch ein E-Mail Client namens Sylphid dann ein Torrent Downloader Transmission Amul ist mit dabei ich glaube diese ganzen Peer-to-Peer Sachen jetzt zeige ich, dass sie jetzt eröffnet das auch gar nicht aber ich glaube die ganzen Peer-to-Peer Sachen das ist alles auch irgendwie nicht mehr aktuell Tor ist standardgemäß installiert das heißt, wir können hier das Tor-Relay aktivieren und dann läuft im Prinzip der gesamte Internet-Traffic hier über Tor, über das Tor-Netzwerk und ich brauche dazu auch keinen separaten Tor-Browser sondern kann ganz normal den, ja, vor den NetServe-Browser nehmen ich werde jetzt Tor aber wieder ausschalten jawohl, sehr gut so, dann, was haben wir sonst noch? ein Einwahlprogramm GW-GET und U-GET ein Download-Helper quasi so, als Office-Bibliothek haben wir AbiWord vorinstalliert Gnumeric ist dann das, ja die Excel-Alternative quasi und dann gibt es noch ein paar Notepads wie LeafPad Kalender, Taschenrechner, Sticky Notes und hier haben wir noch ein paar, ja, Konsolentools wie VI, Nano zum Beispiel ist dann mit drin das ist sehr, sehr gut und hier hat man dann noch ach so so, unter Maintenance hatten wir vorhin schon mal kurz gesehen da gibt es so Backup-Lösungen ein Recovery-Tool und das sind halt alles zum Teil auch Tools die die Entwickler von 4M Linux selber geschrieben haben die ja dann da auch eigene separate ISOs nochmal entwickeln wie Recovery-ISO und so weiter eine Backup-ISO und so weiter so, Dateimanager ist PCMAN-FM aber auch der Midnight Commander ist hier schon vorher schon vorinstalliert also falls jemand ein paar Nostalgic-Vibes haben möchte der kann auch den, ja Midnight Commander benutzen so, ein Brennprogramm FI-Burner ist mit dabei und hier haben wir dann noch diverse Partitionierungstools wie F-Disk und auch G-Disk das haben wir ja vorhin verwendet und auch G-Partit so, und dann gibt es noch die Monitoring-Tools A-Top ist schon vorinstalliert das ist, finde ich, auch sehr, sehr gut und hier sehen wir auch wie schlank das System eigentlich in Wirklichkeit ist also 175 MB RAM werden jetzt hier gerade ja, verbraucht und ich habe ja hier schon eine Weile unten geklickt das heißt es wird wahrscheinlich noch weniger sein wenn das gerade frisch gestartet ist das ist alles so, ansonsten noch weitere Tools Gnugrub da kann ich dann einrichten falls ich mehrere Betriebssysteme installiert habe kann ich das in Gnugrub konfigurieren das ist quasi das Mini-Grub so ein Hash-Tool Smart und Unit Boot-In ist ebenfalls vorinstalliert auch das finde ich interessant und Clam-Antivirus ist auch drauf so, Multimedia da haben wir Let's Play das ist sehr, sehr schön unterteilt nochmal in diesen Unterkategorien Let's Play, Let's Rip, Mix, View und Edit bei Play haben wir Celluloid als Standard-Medien-Player drin und lustigerweise auch noch ein paar MIDI-Tools finde ich auch sehr klasse Mini-Tube das ist, glaube ich, so eine YouTube-Anwendung wo ich dann hier wo der dann das Ganze dann hier durchsucht also YouTube durchsucht wir mal schauen so ein Typ im Internet werde ich auch gleich vorgeschlagen und ja, hier werden dann auch tatsächlich alle Videos angezeigt und ja, dann kann ich hier einfach mal draufklicken und hier geht es auch schon los so wie es aussieht leider ah ja, hier oben haben wir dann den Player wir hören jetzt hier nichts also Audio ist scheinbar ah ja, Audio war jetzt ganz runter aber es funktioniert ich habe es gerade ein bisschen lauter gemacht und habe sofort was gehört sehr gut ja, und das ist dann auch ziemlich gut und intuitiv nutzbar finde ich gar nicht mal so schlecht also Mini-Tube ist vorinstalliert so, was haben wir sonst noch dann Let's Rip A, S und ER haben wir hier MKV Maker ja, das sind alles so Sachen die, glaube ich, heutzutage kaum noch in Verwendung finden so, hier haben wir noch ein paar Mixer-Tools den Alza-Mixer Pavo-Control unten noch ein paar Sample-Dateien um zu testen ob zum Beispiel MP3 abspielen funktioniert MP4 abspielen und so weiter ob das alles funktioniert und dann haben wir noch ein Picture-Viewer so, let's edit out Audacity ist vorinstalliert auch das finde ich ja sehr interessant weil, oh, das ist auch noch glaube ich ein recht älteres Audacity aber es ist gut und stabil und das ist wirklich ein sehr kraftvoller Audio Bearbeit, ein kraftvolles Audio Bearbeitungsprogramm so, Sound Studio haben wir dann hier noch und Hyper-VC da weiß ich leider nicht, was das ist ach, ein Converter ist das auch nicht schlecht so, Mini-Server ist ebenfalls vorinstalliert der Mini-Server, den bietet ja 4M-Linux auf seiner Webseite auch als ISO an für das Brennen auf einen USB-Stick so, für den kleinen Server für unterwegs und da hat man dann so ein kleines LAMP-Stack quasi schon vorinstalliert mit einem FTP, HTTP-Server, SSH und so weiter und dann hat man dann so seine ganzen Tools für unterwegs ist auch Putty ist schon vorinstalliert dann FTP-Programm TigerVNC damit ich mich auf grafische Oberflächen von der Ferne aufschalten kann auch sehr schön und dann hier noch ein paar Terminal-User-Interfaces quasi also Terminal-Befehle um den Server zu kontrollieren so, ja, dann kann man dann starten und stoppen ich lasse das jetzt aber mal beiseite so, hier haben wir dann das Mystery-Pack ja, da haben wir ja hier Maintenance, Multimedia, Mini-Server und Mystery und im Mystery-Pack gibt es etliche Konsolenspiele das ist sehr, sehr interessant das sind sehr, sehr alte, ja, Linux-Konsolenspiele Snake zum Beispiel, Pac-Man aber auch Minesweeper und so weiter dann gibt es so ein paar X-Toys die Augen, das kennt man das kenne ich tatsächlich noch von Anfang der, Ende der 90er Jahre ich glaube, KDE hatte das damals gehabt da gab es dann diese Augen die konnte man da auf dem ganzen Bildschirm hin und her genau, hin und her packen und die hat dann mal die Maus verfolgt nur da, wo die Maus gerade ist okay, wer es braucht, wer es haben möchte so, ist ein nettes kleines Spielchen dann haben wir Neko und eine süße Mieze-Katze und die Mieze-Katze, die folgt immer der Maus und meine Maus ist eine Maus okay, könnte ich jetzt tatsächlich stundenlang weitermachen so, wir lassen das jetzt mal ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie man das ach ja, Stop All dann, was haben wir sonst noch? Games, ein Jump'n'Run-Spiel so wie es aussieht Scavenger okay, Galaga, das wird hier so Meteor... ja, so ein... das ist so ein... genau, so ein Weltraum-Shooter echt echt cool okay so, dann meine Maus ist jetzt übrigens komplett kaputt gegangen weil die Katze hat meine Maus kaputt gemacht so, dann haben wir Let's Think gibt es hier noch Let's Think, also Solitaire Mayong, okay so, hier haben wir noch Asteroids ah ja, Asteroids genau, das ist so ähnlich wie das Galaga ist dann eben Asteroids so ähnlich, ne so, Breakout haben wir Frogger ist hier mit Frosch überquert die Schach Space Invaders sehr, sehr cool und hier nochmal ein paar Kartenspiele Schach ist dabei Blocks hier haben wir auch nochmal Export ist auch nochmal Schach und Doom Doom Freedom 1 und Freedom 2 Duke Nukem 3D ist mit vorinstalliert wow das ist ja mal krass auch Quake 1 ja, da werde ich dann wir doch gleich nachher nochmal ein bisschen ja, mal ein bisschen zocken hier noch ein bisschen was noch ein bisschen alte Sachen spielen das macht auf jeden Fall richtig Spaß sehr gut so, und ein Emulator den DOSBox Emulator haben wir auch da ist Super Mario so wie es ausschaut drin Jumpman das wird auch so ein Super Mario Klon sein Pac-Man und Wolf 3D ist jetzt auch von Doom das Gesicht von Doom mit drin ich nehme an ja auch sowas wie Doom Fork sein so dann gibt es jetzt hier noch einen Ordner Extensions Extensions bedeutet dass diese Sachen nicht installiert sind grundsätzlich sondern sie kann man die kann man hier rüber jetzt installieren wenn ich also GIMP haben möchte kann ich jetzt hier drauf klicken und dann wird GIMP installiert genauso wie Mozilla Firefox Thunderbird und Seamonkey wenn ich das das ist standardgemäß nicht drauf möchte ich es haben klicke ich einfach drauf dann wird es installiert hier gibt es dann noch etliche andere Browser wie Chromium wie Wildi Palmoon auch Dropbox kann man noch installieren oder auch Filezilla genauso wie es mit den Playern ist wenn ich den VLC Media Player haben möchte einfach drauf klicken dann wird er installiert den YouTube Downloader haben wir auch noch und auch Blender genauso wie Virtualbox wenn man das braucht Ventoy ist ziemlich gut da kann man dann mehrere ISOs auf eine USB packen und dann im Prinzip diesen Ventoy Stick in einem Rechner starten und dann kann man einfach aussuchen welche ISO er booten soll das nutze ich auch habe ein paar ISOs auf meinem USB Stick drauf für unterwegs wenn ich mal irgendwo bin kam mir schon immer mal sehr zu gut gelegen gerade wenn ich bei Verwandten bin man ist ja dann auch ein Stück weit Admin-Widerwillen wie man so schön sagt und muss dann noch ein paar kaputte Systeme retten mal so nebenbei und dann macht sich das dann immer ganz gut wenn man so einen Ventoy Stick dabei hat so hier hat man dann noch ein zusätzliches Game Pack hier sind noch unzählige andere wirklich richtig coole alte Spiele drin Extreme Tux Racer spiele ich für mein Leben gerne ich weiß auch nicht ich weiß das ist ziemlich abgedroschenes Game aber mir macht das einfach Spaß macht halt süchtig so ein bisschen dieses Spiel ja Free Asif ist ein Aufbaustrategiespiel wäre das dann L-Breakout 2 das ist etwas neuere Version von Breakout wirklich toll gemacht Super Tux 2 das ist sowas wie Super Mario nur halt mit einem Pinguin oder Super Mario Kart eben auch mit einem Pinguin das was dann Tux Kart ist also ja kaufau dir ruhig mal die ganzen Spiele hier an das ist wirklich toll Wine lässt sich dann installieren und eben die ganzen Programme die dann über Wine laufen wie zum Beispiel WinSCP hier werden auch angeboten die GL Tron oder Chromium als Microsoft Paket über Wine hier zu installieren gut ob man das haben möchte muss man sehen der Internet Explorer ist auf jeden Fall mit dabei der darf nicht fehlen dann gibt es noch einige Java Applikationen und auch Electrum Bitcoin und Litecoin ist mit dabei wer also hier sein Wallet aktivieren möchte wenn ich das den Hintergrundbild das Hintergrundbild ändern möchte dann kann ich das auch tun da gibt es dann hier unter Settings Desktop gibt es den Wallpapers und dann werden jetzt hier die Wallpapers auch alle so aufgelistet die es so gibt hier gibt es jetzt einen kleinen Grafik Bug wenn man es mal so sagt hier kann man dann entweder eine solide Farbe einfach nehmen wenn man jetzt sagt man möchte kein Bild nur eine solide Farbe oder man wählt dann tatsächlich eins von diesen Bildern hier aus hier gibt es Venom ich nehme jetzt einfach mal das Mädel hier das Lo-Fi Mädel nenne ich das wenn man gerne sieht und dann kann man so hier das das Hintergrundbild ändern der die Software dahinter die den Bildschirm Hintergrund steuert ist FEH also FEH Utility der FE Image Viewer so und falls du ein eigenes Hintergrundbild haben möchtest also ein eigenes Hintergrundbild ein Foto oder wie auch immer dann kopierst du einfach irgendein Bild hier in das Root Directory hier glaube ich genau einfach hier in das Root Directory reinkopieren und umbenennen nach bg.jpg also wenn du ein Bild hast ich nehme jetzt hier einfach eine leere Datei und die muss dann benannt werden nach bg.jpg ja dann hast du eben diese Bilddatei dein Bild dann im Prinzip so benannt und dann musst du einfach JWM nochmal neu starten also ausloggen nochmal einloggen und dann ist dieses bg.jpg dein Standard Hintergrundbild denn da guckt dann FEH als allererstes drauf so da guckt FEH als erstes drauf ob sich eine bg.jpg Datei in deinem Root Ordner befindet und dann zieht er sich die so falls du dann noch ein paar Treiber benötigst das kann auch passieren ganz klar dann einmal findest du hier dann auch 3D On und Off dann steht hier Restart X to Apply Changes dann werden wir das einfach mal machen Exit Login ist Root und dann einfach Start X und jetzt wird es neu gestartet und jetzt ist die 3D Beschleunigung dann im Prinzip aktiv dann ansonsten falls das irgendwas nicht funktioniert es gibt eine Treiberseite die will ich hier auch mal ganz fix noch raus suchen oh jetzt ist Palmoon tatsächlich hier als Standardbrowser hat sich es aufgemacht Wurm nicht so schlimm so hier einfach auf sourceforge.net gehen ja wir akzeptieren dann einmal 4M Linux hier gesucht da hat das auch schon gefunden dann unter Files dann in die eigene Version das wäre hier in dem Falle 39 und hier gibt es dann entsprechend die Treiber und hier kannst du dir dann deine Treiber entsprechend runterladen zum Beispiel die Mesa 3D Treiber Blu-Ray und so weiter und so fort also und du kannst hier auch alle Module und die komplette Firmware herunterladen und ja das funktioniert dann im Prinzip wir können das ja mal machen wir nehmen mal hier die Firmware laden die mal herunter ich gehe aber hier auf Problems Downloading und wähle jetzt hier NetCologne aus weil das ist hier tatsächlich auch am schnellsten so einmal in Downloads abspeichern so der ist schon fertig das ging also rucki zucki und hier dann öffnen mit und jetzt benutzerdefinierte Befehlszeile und der Paketmanager ist Z A so heißt der Paketmanager von 4M Linux einmal auf OK und schon wird die Firmware installiert mit allen notwendigen Treibern sehr gut und ich werde das Ganze jetzt auch nochmal mit den Modulen machen auch hier wähle ich dann NetCologne ist quasi schon ausgewählt das ist gut dann einmal OK speichern jawohl und hier hat das auch schon runtergeladen das ging auch rucki zucki dann öffne ich das Ganze mal und sage rechts klick öffnen mit und hier wieder ZK und dann einfach machen lassen so dann hat er die Module jetzt alle installiert hier kannst du dann auch die VirtualBox Guest Editions installieren falls du die benötigst damit eben die Auflösung richtig angezeigt wird was gibt es also zu 4M Linux abschließend zu sagen das gesamte System macht einen unglaublich flotten Eindruck nicht 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 nur das ist es ist auch sehr flott es ist unglaublich ressourcenschonend und somit kriegst du dieses Betriebssystem quasi auf jeden noch sehr sehr alten Laptop oder auf jeden alten Computer installiert und zwar quasi ohne Probleme Abstriche muss man natürlich dann machen mit den Verfügbarkeiten der Pakete allerdings bietet 4M Linux ein umfangreiches Development Kit noch zum nachinstallieren an und somit kannst du jede Software die auf GitHub verfügbar ist mit Quellcode entsprechend herunterladen kompilieren und installieren Ziel von 4M Linux ist es ein System zu schaffen das schnell und effizient einsatzbereit ist nicht nur im Desktop Bereich sondern besonders auch im Server Bereich ich finde es immer wieder gut dass es solche nischigen Produkte noch gibt dass nicht nur die großen Player auf dem Markt im Prinzip die Nutzerschaft beherrschen sondern dass es wirklich für jeden das richtige dabei ist und auch für jedes System und jeden Anwendungsfall aber was weiß ich schon ich bin ja nur so ein Typ im Internet alt lo wie wie es